Oh, das ist mal ein Schluck Eisdee. Oh, dieser Nemesis. Alter, falter. Uff. Danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Okay. Zurück zur U-Bahn. Aber hier gibt es noch irgendwas. Mich umschauen. Ich habe richtig viel verschleudert an Munition. Obwohl, so viel war es gar nicht. Dieses Mal bin ich echt besser weggekommen. Vorher habe ich fast alles verschossen gehabt. Ah, da liegt ihr. Perfekt. Feuerwehrwagen. Ach, okay. Ach, schau an. Bin ich wieder hier? Restaurant. War ich da schon? Ja, ja. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Was? Transportieren Sie jetzt zum Spencer Memorial. Was? ARPD-Zentrale. Hier spricht 153. Ich bin im Northgarden mit drei Zivilisten eingesperrt. Westseite, Cafeteria. Hinten in der Küche. Einer von uns ist verletzt und bewegungsunfähig. Was soll ich tun? Okay. Cafeteria. Wo ist denn die? Eine Ahnung. Ich muss die erstmal hierher locken. Hallo. Habt ihr ein bisschen Hunger? Kommt. Nam 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 nam. Bisschen an mir knabbern. Komm. Kommt schon. Ja, kommt rüber. Kommt her. Kommt her. Kommt zu Papa. Kommt, kommt, kommt. Das war's. Ihr knabbert an niemanden mehr. Okay. Warum will der da rein? Ey, der Laden ist geschlossen. Baustelle. Oh, Gunshop. Oh, das hört sich gut an. Warte mal. Es geht da rein und sonst nirgends. Aber doch, da drüben geht's noch runter. Aber da geht's wahrscheinlich nicht weiter. Da hab ich's zugemacht. Oder? Ist zu. Moment mal. Das ist das Polizeirevier. Ja, das ist das Polizeirevier. Lol. Ah, cool. Das ist das Polizeirevier von Raccoon City. Kurzen Abstecher in Teil 2. Nicht schlecht. Aber hier muss noch irgendwo was sein. Bin ich blind? Sehe ich's wieder nicht. Ist hier irgendwo wieder eine Kiste versteckt oder so? Vielleicht da drüben? Beim Fetti? Das kann natürlich sein. Hier drüben? Nein. Hier ist nichts. Das könnte auch sein, dass der Funk Marvin war, ja? Da könntest du recht haben. Tür ist zu. Nicht mehr lange. Ah, geht nicht. Okay. Der Waffenladen. Das ist der Waffenladen, der eigentlich gefehlt hat. Oder gab's den auch? Ich weiß es gar nicht. Ist nicht so drauf geachtet. Für die Flinte schon wieder. Okay. Okay. Da kann ich... Okay. Nice. Jetzt kann man schneller nachladen. Cool. Aber jetzt ist die Flinte halt größer geworden, ne? Gibt's noch Munition? Sonst noch was? Ja, man. Ohne Ende gibt's hier Zeug. Nice. Wow. Wow. Was war das? Ich hab doch ein Kinderhusten gehört. Das war ja schon seltsam gerade. Okay. Danke. Und ich kann den Schlüssel nicht mitnehmen. Nein. Okay. Der Schlüssel hängt an der Wand. Ja, danke. Ich bin nicht blind. Aber was machst du da drin? Ist okay, Schätzchen. Ist okay. Ein gutes Mädchen. Seine Tochter? Vielleicht... Ist sie ein Zombie geworden und er will sie nicht verlassen. Ist sie irgendwie eingesperrt oder so? Verdammt. Kombinieren. Jawohl. Und kombinieren. Jawohl. Und kombinieren. Okay, das geht nicht. Ähm. Ja, jetzt kann ich den Schlüssel mitnehmen. Jetzt muss ich nur... Den kann den Werfer nachladen. Nice. Ah, okay. Das erfahre ich in der Leon-Story. So, so. Da muss ich die Leon-Story noch spielen. Okay. Okay. Gibt es denn kein großes, dass ich Pumpgun-Munition herstellen kann? Ich habe nur kleine. Damit kann ich nur kleine herstellen. Warum habe ich keine großen? Ach, das ist doch scheiße. Na egal. Dann speichern wir mal. Junge, Junge. Okay. Okay. Dann, äh. Ein Seiteneingang. Schlüssel verwenden. Zack. Laufen. Du stehst nicht auf, oder? Doch, tust du. Doch, tust du. Okay. Schnappen wir uns den jetzt auch noch, oder wie? Ist da was Tolles in der... Ach, komm schon. Verdammt noch mal. Mist. Mist. Mistvieh, Alter. Echt. Elendiges. Das hat sich wieder nicht gelohnt, ne? Ach. Aber oben oder unten? Geht es jetzt hier wieder entlang? Okay. Ich gehe erstmal nach oben. Ach, ach, nach oben geht's gar nicht. Ah, okay. Einfach eine gestinkt normale Küche. Ach, guck, was da ist. Nee. Tschüss. Oh, nein. Nein. Ja, Gott, noch mal. War doch schon richtig. Ah, ich hab doch schon geschossen. Was soll denn das? Wie schnell ist denn das bitte? Hä? Er lebt einfach noch immer. Was? So viele Schüsse hat er eingesammelt. Äh, eingesteckt. Nette Bilder. Ich bin schon wieder am Arsch. Wie ich das wichtige Objekte wegwerfe. Nee. Ach so, den. Ja gut, den werfen wir jetzt weg. Den brauchen wir ja auch nicht mehr. Eigentlich reicht ein grünes... Ja. Ja. Reicht. Kamin. Gehen wir mal nach oben. Nemesis da noch mehr angesteckt. Was haben wir denn hier? Time... Raccoon Times. Leserbrief. Ja, gut. Das geht irgendwie... Die kleinen Läden. Muss endlich rum. Ah ja, okay. Was haben wir hier? Oh. Was ist hier drin? Was ist das? Kanaten. Okay, aber Kanaten sind auch okay. Bin aber schon voll, oder? Oder kann ich noch mehr rein? Ah, das sind Explosions... Und ich hab Brandgranaten drin. Okay, verstehe. Sonst gibt's hier nichts. Okay. 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 Geht die Autotür hier zu? Natürlich nicht. Die ist verklemmt. Macht Sinn. Okay, haben wir alles eingesammelt. Hier fehlt irgendwas. Mann! Aber wo? Soll ich nochmal zurück und alles durchsuchen? Ja, komm. Irgendwas hab ich liegen lassen. Und das nervt mich voll. Und wenn's ein bisschen Munition ist... Oder nur Ding... Irgendwo muss es sein. Ich muss jetzt hier liegen lassen vielleicht irgendwo. Durch hier am Mülleimer. Nee. Aber warte mal. Hier hinten. Das war nur voll der Müllhaufen, aber egal. Mein Problem ist halt, ich brauch alles. Ich brauch wirklich alles. Also im Waffenladen hab ich alles eingesammelt. Ich brauch halt wirklich alles. Was ich finden kann. Hier hinten war ich noch nicht. Ist die Straße aufgerissen. Komisch, dass da unten nicht irgendwelche Zombies schon liegen. Tot. Ne? Sieht so clean alles aus hier. Vielleicht... Ich verstehe das nicht. Wo ist das? Wo hab ich es liegen lassen? Wo? Irgendwo eine Kiste, wo ich wieder übersehen hab. Diese silbernen Kisten. Vielleicht ist hier irgendwo wieder eine. Oder bei dem Panzer. Macht vielleicht mehr Sinn, weil... Da gibt's ja Waffen oder sowas. Nee. Beim Krankenwagen. Auch noch nicht geguckt. Der Zombie lässt sich nicht abbringen. Ist es vielleicht hinten was drin? Nee. Nichts. Ich find's einfach nicht. Hier. Hier. Mein Zombie selber liegt auch nichts. Vielleicht nochmal da unten gucken. Vielleicht hab ich da unten noch was übersehen. Und wenn dann nichts ist, dann egal. Dann gehen wir weiter. Dann hab ich keine Ahnung, wo es ist. Hier ist auch nichts. Ah. Da ist es doch. Sehr schön. Gut. Jetzt können wir gehen, oder? Jawohl. Jetzt können wir gehen. Wer suchet, der findet. Das ärgert mich noch immer, dass ich vorher so viel liegen lassen hab. Naja, egal. So. Ähm. Ja. Okay. Dann weiter. Jo. Alles klar. Alles jetzt. Außer hier. Ob ich da nochmal hinkomme? Vielleicht komm ich ja da nochmal hin. Das könnte sein. Okay. Laufen wir mal weiter. Wow! Was zur Hölle? Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Jetzt hat er auch noch einen Raketenwerfer. What? Ja! Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh. Echt jetzt. Ein Raketenwerfer. Ja. Ja, Gott. Ja, Gott. Rennen. Ah. Muss um die Ecken. Ich 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 muss um die Ecken. Alter. Alter. Was? Wow. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Jill, alles klar? Carlos, der Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarscht? Dachte, er ist tot. Vielleicht gibt's den im Sonderangebot. Boah. Ah. Boah. Boah. Alter. Boah. Alter. Okay. Alter. Wie soll ich denn den im Kommen schon wieder? Ich bin schon wieder verletzt. Schon wieder. Raketenwerfer. Flammenwerfer. Mit was kommt da als nächstes? Mit einer Gatling Gun? Ah. Ach guck, jetzt komm ich nicht mehr zurück. Jetzt bin ich wieder zurück, aber ich komm nicht mehr zurück. LOL. Naja, gut. Ich muss zur Station. Okay. Klapp nach oben. Heu, was hast du denn? Oha. Ja. Ich konnte ja gar nichts machen. Was hat er denn gegen den Wackelkopf, Mann? Mister Raccoon oder wie heißt er? Mister Toy oder keine Ahnung. Alter. Was hat er denn gegen den? Heu, was hat er denn? Ja. Was? Oh. 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 Er ruiniert die ganze Stadt. Böser Nemesis. Oh nein, du bist schon wieder da. Oh nein, du bist schon wieder da. Du bist schon wieder da. Oh nein. Uh, aua. Nein. Ah, böser Nemesis. Ah, du durch. Ich bin schon unterwegs. Ich lauf schon. Alter. Jawoll. Hässlicher Penner. Das hat er sowieso wieder überlebt. Ja. Alter, Alter. Immer dasselbe. Nichts wie raus hier. Das, das, das. Bam, bum, bum, bum. Heftig. Wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Okay, seid ihr jetzt fertig mit eurer Gefühlsdoselei? Also, das fehlt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Okay. Das hört sich doch gut an. Was ist der Stern? Was ist dieser Stern? Den würde ich gerne noch holen. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu rennen, macht mir das nichts aus. Okay. Dann gehen wir mal runter. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Barth finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht rauf und lasse dich in der kalten Welt, um nach Carlos zurückzukommen. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! 29. September, 2.11 Uhr. U-Bahn. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Barth noch lebt, oder? Oh Gott. Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meist du nicht? Was war das? Oh nein. Oh nein. So ist dieses Arschloch nicht tot. Nein. Lass es. Kommt. Hier lang. Nikolai, was machst du? Wer ist nicht hinter mir, Herr? Nikolai, was machst du? Nikolai! Dieser scheiß Nemesis.